Hallo zusammen, diese Folge habe ich mir selbst ausgedacht. Viel Spaß beim Anschauen. So Kinder, ich möchte einkaufen gehen. Wollt ihr mitkommen? Nein Mami, wir bleiben hier. Okay, ich gehe dann. Bis gleich Kinder. Okay, bis gleich Mama. Kommt, wir sehen so lange. Fähre. In Ordnung Finn, das ist meine Lieblingsserie. Ja, meine auch. Oh, warum kommt da jetzt eine Unterbrechung? Achtung, Achtung, wir unterbrechen das aktuelle Programm. Heute Morgen ist ein Büffel ausgebrochen. Bitte, passen Sie gut auf. Oh nein, hoffentlich fangen Sie den Wald wieder ein. Ja, hoffentlich. Der ist bestimmt gefährlich. Ah, oh nein. Was ist da bei uns auf der Terrasse? Ein großes Tier. Das ist bestimmt der Büffel aus den Nachrichten. Schau doch mal her. Ah, Mila hat recht. Da ist wirklich ein Büffel. Oh nein, warum muss er ausgerechnet zu uns kommen? Oh, oh. Ist die Terrassentür abgeschlossen? Mama, Mama, bist du noch da? Sie ist doch schon längst einkaufen, Finn. Ich mache ein Foto. Das glaubt uns Papa nie. Lass das los, sie. Mach keinen Quatsch. Ich bin doch schon fertig mit dem Bild. Komm, wir gehen zu unseren Nachbarn. Ich habe Angst. Warte, ich schreibe Mama noch eine Nachricht, damit sie weiß, wo wir sind. So, jetzt müssen wir ganz schnell durch die Haustür. Schnell, schnell, schnell. Der Büffel ist noch auf der Terrasse. Brennt. Ich glaube, ich sehe Mama. Lasst uns winken. Hallo Kinder. Wieso habt ihr das Haus alleine verlassen? Mama, bei uns auf der Terrasse ist ein Büffel. Was? Ein Büffel? Zeig ihn mir mal. Steigt alle ein. Der Büffel ist weg. Dann können wir meine Einkäufe gemütlich ins Haus bringen. Hilft ihr mir bitte, Kinder? Das ist wirklich sehr nett von euch. Nach dem Schock mache ich uns erstmal was zum Essen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr kostenlos abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Danke. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucy Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017